In der Welt von One Piece sind Leute mit einem D im Namen einer sehr mysteriösen Vergangenheit ausgesetzt und es wird noch sehr lange dauern, bis wir dieses Geheimnis enthüllt bekommen und Eiichiro Oda baut hier etwas Massives auf, um diese Ds irgendwann mal wirklich zu exposen. Wer sind die Ds wirklich? Was haben sie damals getan? Beziehungsweise, was wurde ihnen angetan? Ja, was ist die wahre Geschichte dahinter? Das alles und mehr nach dem Intro. Und damit die Leute was gedacht, willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video möchte ich einfach mal ein bisschen so Free Talk über die Ds ein bisschen quatschen, denn die Ds sind ja sowohl als auch einer der größten, ich sag mal Hauptgeheimnisse beziehungsweise Hauptbestandteile um die Geheimnisse in der Welt von One Piece. Auch das Ganze mit dem verlorenen Jahrhundert etc. Das ist etwas, was sich darum dreht und natürlich sind die Ds beziehungsweise ist dieses Geheimnis um das D mit eines der spannendsten Themen, finde ich persönlich. Ich persönlich bin aber auch immer einer gewesen, der auch die Story von One Piece mega interessant findet und ich zum Beispiel bin mehr an dieser Vergangenheit interessiert als zum Beispiel aktuelle Kämpfe oder sowas. Ich warte schon wirklich sehnlichst darauf und wirklich egal, wenn es auch nur so kleine einzelne Panels sind, die uns etwas über diese Leute mit dem D im Namen verraten, ja, irgendwelche Kleinigkeiten, dann muss ich ganz klar sagen, bin ich da immer sehr hellhörig und immer ziemlich gespannt und freue mich natürlich auch immer darauf, wenn wir da immer so kleine Häppchen bekommen. Und ich denke, die Grundstruktur beziehungsweise die Grundidee oder sagen wir mal eher die Grundannahme der ganzen One Piece Fans ist, denke ich mal, höchstwahrscheinlich wie folgt. Die Ds haben damals gelebt, ja, höchstwahrscheinlich sind das diejenigen, die aus diesem verlorenen Jahrhundert oder aus diesem verlorenen Königreich stammen, aus diesem verlorenen Jahrhundert und die Ds beziehungsweise diese Leute mit dem D-Namen oder der D-Clan, der wurde damals ausradiert. So, das ist so dieser Grundgedanke von Theorie, sagen wir jetzt einfach mal. Von den Ds wissen wir allerdings nicht allzu viel. Laut Corazon zum Beispiel sind die Ds die natürlichen Feinde Gottes und natürlich werden die ganzen Tenryubito, ich sag mal, in dieser Weise indoktriniert von Generation zu Generation zu Generation und es gibt halt wirklich nur eine Handvoll Leute, die etwas über die Ds Bescheid wissen. Unter anderem wäre zum Beispiel mal Sengok, der höchstwahrscheinlich als Großadmiral damals laut Law etwas darüber wissen müsste und laut seinem Gesichtsausdruck, denke ich, ist das auch der Fall. Und es gibt natürlich einige, ich sag mal, Theorien, was das D sein könnte. Ja, es könnte Devil sein, eine sehr, sehr weit verbreitete Theorie. Ja, Dorn, da habe ich ja damals mal ein Video gemacht, was relativ heftig eingeschlagen ist und es gibt halt viele Möglichkeiten bezüglich des Ds und was ist so die Grundstruktur bzw. die Grundidee, die ich persönlich hier so verfolge? Ich habe ja damals ein Video gemacht, das D gleich Dorn bedeutet, also der Sonnenaufgang und somit das Ganze durch zum Beispiel die rote Sonne der Fischmännchen symbolisiert wird, die halt die Sklaverei der Weltregierung besiegt haben. Sie haben ja über diesen Huf des aussteigenden Drachen eine rote Sonne als Sonnenpiraten dann überbrannt, sage ich einfach mal und das ist schon echt heftig. Und es gibt da natürlich auch Nekomamushi, der hier bezüglich Pedro, ja, das Dorn immer mehr erläutert hat, ja, dass jede Nacht, egal wie lange oder wie dunkel sie ist, dass jede Nacht mit einem Sonnenaufgang enden wird und so kommt man halt an dieses Dorn ran. Und was ich hier einfach mal sagen möchte bzw. was ich mich hier halt frage ist, werden weitere Charakter mit einem D im Namen in One Piece auftauchen? Und ich muss hier sagen, wenn wir mal alle Ds jetzt nehmen, dann fällt uns auf, es gibt nicht wirklich Leute, die mega alt sind, außer jetzt Garb bzw. als Pirat, sage ich mal, die ein D im Namen haben. Ähm, ich muss dir sagen, ich wäre definitiv dafür, wenn es weitere Leute noch geben wird. Und was ich sehr cool fänden würde, wäre, wenn auf Wano Kuni jetzt irgendwann jemand auftauchen würde mit einem D im Namen bzw. wir haben ja jetzt Marshall D. Teach als krassen Piraten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier aus der, ich sag mal, aus diesem isolierten Land von Wano Kuni einen hätten, der das D im Namen trägt, der vielleicht noch ein bisschen mehr weiß, denn wir haben ja auch Wano Kuni dank Momonosuke's Family oder dank der Kozuki-Familie haben wir die Grundidee, ey, man gibt Informationen von Generation zu Generation weiter. In dem Falle waren es halt die antiken Schriften bzw. wie man die Pornoglyphe liest. Und, äh, ich persönlich bin ein großer Befürworter, dass wir hier irgendwann nochmal ein paar Leute mit einem D im Namen, äh, ich sag mal, bekommen. Klar, diese Leute, die wurden höchstwahrscheinlich damals aus, äh, ich sag mal, wirklich abgeschlachtet bzw. ausgelöscht und höchstwahrscheinlich war das so eine Art Befehl von Imsama. Wir hatten ja vor kurzem auf der Reverie Imsamas, äh, oder ich sag mal, er war kurz davor in Aktion zu treten, denn die Fünfweise fragten ihn ja, welches Licht sollen wir jetzt aus der Geschichte radieren und hier konfrontiert uns wieder dieses Licht, ja, was halt einfach sehr interessant ist. Und ich denke, dazu mache ich bei meinem Dorn-Video eine Fortsetzung auf jeden Fall, denn da gibt es noch einige mehr kleine Indizien, die halt bezüglich des Licht, die Sonne und Dorn oder dem Sonnenaufgang, äh, dem Ganzen gerecht wird. Aber, ähm, warum soll es keinen weiteren geben, der ein D im Namen hat? Zumal jetzt gerade auf Wano Kuni was interessanter wäre, ähm, ebenfalls ein Kandidat oder eine Kandidatin wäre für mich Toki Kozuki, dass wir vielleicht irgendwann mal die Erkenntnis bekommen, dass wir hier Toki die Kozuki haben bzw. ich kann mir nicht vorstellen, dass Toki schon immer Kozuki hieß, ja, ähm, Oden Kozuki ist klar, der Kozuki, klar, hat die Pornoglyphe erschaffen etc., aber Toki kann höchstwahrscheinlich, also die Mutter von Momo mit der Zeitfrucht, die ja angeblich oder laut Gerüchten aus einer fernen Vergangenheit stammt und, äh, hier gehen die Gerüchte halt bis hin zum verlorenen Jahrhundert, ja, dass die aus dem D-Clan hervorgeht bzw. dass sie eine Überlebende ist aus diesem D-Clan und dass indirekter Momonosuke ein D-Träger ist. Ich meine, es würde halt auch irgendwie passen, wenn Momo dann auch gerade mit der Stimme des Universums, welche er offensichtlich hören kann, das Ganze weitergibt bzw. so weiterträgt, dass dann der in Zukunft, ja, anführende Shugun von Wano Kuni Momo sein wird, mit einem D im Namen, mit der Stimme des Universums und höchstwahrscheinlich dann auch mit dem Königshaki, denn wir wissen, der Vater von Momo, also Oden Kozuki, hatte dieses Königshaki und es ist höchstwahrscheinlich so, dass man das Königshaki weitervererben kann, deswegen muss ich ja sagen, ist die Möglichkeit gar nicht mal so verkehrt. Wäre ganz cool, ähm, die Wahrheit hinter dem D-Clan, ich persönlich bin der Meinung und da spreche ich gegen die, ich sag mal, gegen die, ich sag mal, meiste Meinung oder gegen die meisten, die halt sagen, oh, die Weltregierung ist pur böse, ähm, das glaube ich nicht wirklich, also nicht direkt, ja. Ich denke, es gab schon einen Grund, es wird irgendeinen Auslöser gegeben haben, eine Gefahr, zumindest für die Weltregierung, ja, zumindest für die 20 Gründerväter damals, wird es eine Gefahr gegeben haben, diese, äh, diesen Clan auszulöschen. Vielleicht wurde der Clan zu mächtig, es gab höchstwahrscheinlich ein paar Ausreißer, egal wie, ich sag mal, gut irgendwo ein, ich sag mal, eine Stadt oder ein Dorf oder ein Clan ist, ja, egal wo, egal wie, es gibt immer welche, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, es gibt überall schwarze Schafe und ich kann mir halt auch vorstellen, dass dann darunter wirklich ganz viele Unschuldige zum Opfer oder dessen zum Opfer gefallen sind, dieser Massenvernichtung eines ganzen Königreichs, äh, das kann ich mir vorstellen und deswegen bin ich ja auch gerade so gespannt auf dieses Revealen dieser Vergangenheit, denn selbst Rayleigh sagt ja, ey, selbst wir können aktuell nichts tun bzw. hätten nichts tun können und, äh, das lässt mich halt wirklich daran glauben, weil ich auch irgendwo sagen muss, dass ich alles andere ein bisschen, ja, blöd fänden würde, wenn es halt tatsächlich so kommen würde, dass die Weltregierung pur böse ist, ja, der D-Clan damals nichts getan hat, ja, und, äh, oder die Leute mit einem D im Namen, die haben nichts getan oder so und die wurden einfach so ausgehört, ja, natürlich muss ja irgendwo ein Grund her und, äh, ich hoffe wirklich, dass dieser Grund natürlich auch einen Ursprung hat, ja, dass dieser Ursprung vielleicht selber nicht bei der Weltregierung liegt, sondern, dass sie quasi hier Call to Action, dass die halt wirklich, äh, ja, eine Aktion bzw. dass die eine Reaktion gebracht haben auf Aktion oder bestimmte Aktionen, ähm, natürlich ist vielleicht auch die Verteilung der Teufelsfrüchte damals sehr wichtig gewesen oder war ein ausschlaggebender Punkt dafür, ja, dieses Königreich wurde immer mächtiger und das ist etwas, was uns hier zu überlegen, äh, oder zum Überlegen bringt. Ich persönlich muss ganz klar sagen, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir in naher Zukunft mehr D-Träger haben bzw. wenn wir hier, was heißt mehr, ja, jetzt natürlich keine 10 weitere, denn es ist immerhin noch ein geheimer Name, aber wenn wir hier, äh, vielleicht einerseits die Reveal bekommen, dass Momo ein D im Namen hat und dass hier vielleicht noch ein oder zwei andere Charakter, die halt irgendwo eine wichtige Rolle spielen, und dass die auch nochmal ein D tragen. Das wäre etwas, was ich sehr, sehr cool finden würde. Also, ich persönlich muss sagen, das mit dem D ist immer mit eins der interessantesten Dinge und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt im zweiten Teil der Reverie, die ja jetzt endlich kommt, dass wir damals oder dass wir jetzt, äh, in Zukunft wirklich mal eine Ansage von D-Träger bekommen beziehungsweise eine Konfrontation zwischen diesen Parteien, zwischen der Revolutionsarmee und der Weltregierung in Bezug auf der fernen Vergangenheit über das verlorene Jahrhundert etc. Denn ich muss sagen, das ist wirklich mit einer der wichtigsten Bestandteile, gerade jetzt in Kombination mit dem, äh, vermutlichen Auftrag, den im Sommer, äh, den Film Waisen geben wird, ein Licht aus der Geschichte zu radieren und das höchstwahrscheinlich mit, äh, Vivi zu tun hat, mit einem der 20, oder mit Nachfahren der 20 Gründerväter. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie es da dann weitergehen wird. Ich persönlich bin definitiv dafür, dass wir weitere Leute mit einem D im Namen in die Story eingeführt bekommen. Was haltet ihr von dieser Idee? Was haltet ihr speziell von der Idee von Momonosuke? Ja, dass die Mutter Toki ein D im Namen trug, ursprünglich nicht Kuzuki hieß, sondern anders. Das wäre so meine, ich sag mal, Idee, muss ich hier ganz klar sagen, weil, dass sie ursprünglich einen komplett anderen Namen hat, denn Toki ist ja Zeitfrucht, ja, Zeit, Zeitfrucht heißt ja Toki Toki Nomi. Vielleicht hat sie diesen Namen einfach so angenommen, als Geheimname, sage ich einfach mal so, als Denkname. Vielleicht erfahren wir da irgendwann mal eine richtig heftige Wahrheit drüber. Vielleicht Momo mit einem D im Namen, Königshaki, Anwärter, höchstwahrscheinlich vielleicht als Erbe dessen und Hörender der Stimme des Universums. Also, hier hat Momo sehr viel Potenzial und da müssen wir auf jeden Fall gespannt sein. So, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Was haltet ihr? Sagt ihr, ey, es kommen noch Leute mit einem D in One Piece vor und was seid ihr von Momo oder von der Theorie mit Momo? Dann gerne in die Kommentare damit. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Und dann verabschiede ich mich erst einmal für heute. Macht es gut, bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.